ja und leider sind man zwar uns bett ja alles klar und Timo Roth von dem Brot aus Bett zieht auch alt Jo Freunde und hallo und wird es willkommen zu einem neuen Folge von Michael Bettwas auf der Map paar looten und wir wählen mal das team blau aus ja auf der map per looten mal ah ja ich hätte in der letzten folge ja gesagt dass es so eine geile runde hatte das wo er das bett so es top secret eingebaut haben das war gerade die gleiche map dasselbe aber die annahme gewonnen weil die umwehr gekämpft haben ich nicht so gekommen haben und das worden zu wissen zu zu gebaut und haben uns dann ja gesporen müssen dann immer gesporen da und dann hat er uns immer so ein bisschen getötet hat ein bisschen ganz getötet so um was und so glücker Prozent ja letzte folge und der verraten kann ich noch einmal bis kein schädler trennen wenn es sich da hat er das ist kein bock auf schädler hat momentan wir haben ein bock auf schädler haben die kälte wo wo kann zu keine lust auf den schädler hatte von der 1 und ja das lag daran dass es Prozent und schädler hat weiß so keine lust mit schädler hat um die bauern sie noch rüber ist klar was war hier dann kann ich jetzt zumal weiter dann muss mir gerade noch mal um abluten da ist bei Luten und der Karte ja hier noch was dann muss ich kann dann kannst du Essen machen würde 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 ne hier ja dann muss noch ein Apfel alles klar so schnell bauen die mitte dass ich auch gold holen können also da oben bist du dran oben knackt selbst sein wenn du oben hinbauen das erste aber so einer von team grün hat es verlassen sonst verlassen was sagen uns einer von den grünen hat das team verlassen also hat die nur noch drei spieler macht für uns leister für team grün also für uns war es leichter für links wer im grünen ist das aber ein wenig schwerer weil die einen Kämpfer weniger haben ich erkläre sieben zu sind die mk der hier als ich bekommen hat es auch gehört als ich gut genommen alles klar der würde blöcke erst mal machen und dann brauchst du mal das bett zu bischen da könnte man wissen das bett zu machen oder haben jetzt ein bisschen zugebaut wo das bett überhaupt ach ja das bett ist ja scheiße zugebaut ich dachte so aber auch die haben das bett zugebaut und dann n n r so oder noch hier von oben noch ein bisschen drauf wir wissen es ist gut ne naja angesessen geile mit 4 als die kriegen das hier hin das sind so geil kann man kontaktieren wie man hier so ist halt so kleine kleine gäbe es koffe hin bekommen kann äh da ja aber das war jetzt mal hier also jetzt passen wir werden es mit paluten zusammenspiel auf dem büttel das wenn da ist ne kann man im kommentar auf zwar mit einem gast mal spielen sollte oder nicht so ist man mit einem gast spiele zusammenspielen es heißt meinen kommentare ob ihr bock darauf hättet jo der alles klar das bett wird hier auch wie bei meiner runde hier vorhin einfach zugebaut ist das ist glaube ich sogar dasselbe ne ja genau jungs nero und spaß der war das auch meine runde vorhin ist ja nice so dann ähm aber es ist auch noch besser wäre eisenblöcke oder thruhen oh ja thruhen sind immer thruhen sind immer perfekt bei so sachen thruhen sind immer perfekt thruhen sind immer perfekt bei so sachen bett zu bauen sind immer perfekt nimmt immer thruhen bett zu bauen weil thruhen bauch ähm ja thruhen dazu prüfen auch länger die abzubauen ja thruhen sind halt beim abbauen bisschen länger doch wir sind einfach mal zu runter so ist der schlägt gold holen das ist mir auf der weg nein genau ach man nein schnell hier mal was holen ach nein nein ich habe mich das keiner von uns ne warte mal warte blöcke blöcke aber schnell bauen blöcke warum muss ich nur noch das ganze eisnischen wegschnappen das ist keiner von uns ne ne nene ne 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 Nein Nein Ja weg de genau weg den so beugen nein 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 warum warum aber jetzt wird der Brot leider wanzig manchmal uns bettet alles klar die rot von der von dem Brot auswärtig auch alter wie für wie die Betten jetzt aber hier war Ende damals war aufgebaut werden alter hintereinander so ist findet nicht wie sieht keiner jetzt hier wie kündig ist gegenseitig immer davon ziehen um rotes Bett noch abgeboten werden der Felsen als er ist es für die Mut ist auch noch gebotiert war durch ich weiß nicht wie ich war noch nie so ganz bescheuert weil ich auch ganz sicher nicht nur der kommt hin oder so der kommt nee die die schicken das nicht dass es hier bin wir bauen noch rot ein alter auch noch alle von ihm von meinem team leben noch geil ich habe jetzt angst ist rauszugehen weil nein okay eisen nein eisen schnell eisen holen nur zwei eisen auch gott drei eisen wie gut ist es wert drei eisen wenn gutes schwert Okini angst für ein gutes Schwert braucht man ein bisschen welch bestes schätzt ihr bei Bett was braucht man eigentlich ein 5 Gold das beste Schwert weißt du dann auch schnell kann was zum ach Gott die Kämpfe hier noch alle hin ok jetzt ist ja jetzt haben wir ich fehlen und die Läse von manchen gestorben nee ich will essen alles klar 18 steig auslaut jetzt ist sie weiter wie alle wie sie dies alle bett mit so schon abgebaut ich sind leider geil und die hopp er kommt nein ich bin gestorben Team Blau ist weg aus dem Fenster als klar Leute das war leider mit der Badwurst Folge cs hat Bis zum nächsten Mal.